Das Parken auf Radwegen, Paket, Boden, alles möglich. Man stellt beim Bäcker einkaufen, das ist für mich ein richtiges Ärgernis. Radfahren kann ganz schön gefährlich sein, aber wir helfen Ihnen weiter. Wir klären, wie Sie die kommende Radsaison trotzdem genießen können und wie Sie das richtige E-Bike finden. Denn heute ist ja HR-Rad-Tag und wir sind die Radgeber. Hallo, liebe Zuschauer. Es ist eine sehr traurige Bilanz. Im vergangenen Jahr sind 455 Radfahrer in Deutschland gestorben. Deutlich mehr als im Jahr davor. Bevor wir Ihnen Tipps geben für mehr Sicherheit auf dem Fahrrad, schauen wir uns erst mal die aktuelle Situation im hessischen Straßenverkehr an. Trauriges Ende einer Radtour. Ein 63-jähriger Radfahrer wollte bei Eppertshausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg eine Landstraße überqueren. Dabei wurde er tödlich verletzt, weil ihn ein Autofahrer übersehen hatte. Tödlich endete die Fahrradfahrt auch für eine 53-jährige Frau aus Darmstadt. Beim Überqueren der Straße wurde sie von einem Autofahrer erfasst. Geisterräder wie diese sind stumme Mahnmale für Rad- und Autofahrer. Denn im Straßenverkehr kommt es häufig zu gefährlichen Situationen. Die meisten Radfahrer haben das schon selbst erlebt. Ein Auto, was aus einer Straße herausgefahren kam, mich nicht gesehen hat und mich angefahren hat leicht. Einmal ist es mir passiert, dass ich eine Straße bergab gefahren bin. Und es hat ein Autofahrer die Tür aufgemacht und ich wäre beinahe in die Haupttüre gefahren. Fahrradwege, die plötzlich ohne Vorwarnung mitten auf der Straße enden. Autofahrer, die zu dicht auffahren, lebensgefährlich für Radfahrer. Dass die Fahrradwege einfach manchmal mitten auf der Straße enden und ja, dass die Autofahrer wenig Rücksicht nehmen. Das Parken auf Radwegen, Parket, Boden, alles mögliche. Man stellt beim Bäcker einkaufen. Also das ist für mich ein richtiges Ärgernis. Wenn man Vorfahrt hat, auf der Hauptstraße fährt, dann kann es ganz oft sein, dass von rechts, obwohl es nicht dürfte, ein Auto rausfährt und man selber eine Vollbremsung hinlegen muss. Zugeparkte Fahrradwege zwingen zum Schlenker auf die vielbefahrene Hauptstraße oder den Fußweg. Alltagssituationen, die oft zu verheerenden Unfällen führen. Gegenseitige Rücksichtnahme wäre ein erster wichtiger Schritt. Dennoch muss sich auch die Infrastruktur deutlich verbessern, fordert Bertram Giebeler vom Fahrradclub Frankfurt. Wir fordern, dass an allen Straßen, an denen Tempo 50 gilt, es eine Radverkehrsführung geben muss. Das heißt entweder einen Radweg oder einen Radstreifen oder einen Schutzstreifen, aber auf alle Fälle eine erkennbare Radverkehrsführung, die auch so breit ist, dass ein Autofahrer einen überholen kann, ohne einen zu eng zu bedrängen, also dass er auch den Sicherheitsabstand einhalten kann. Die Sicherheit von Radfahrern sollen auch diese grünen Pfeile an großen Kreuzungen verbessern. Wie hier in Darmstadt läuft dazu gerade ein bundesweites Pilotprojekt an. An einer roten Ampel mit dem neuen Verkehrszeichen dürfen rechtsabbiegende Radfahrer weiterfahren und kommen dadurch sicher vor den Autofahrern über die Kreuzung, erklärt Peter Rost-Teutscher von der Stadt Darmstadt. Wenn es jetzt gar nicht zu der Situation kommt, dass quasi Autoverkehr und Radfahrer nebeneinander stehen, sondern der Radfahrer eigentlich die ganze Zeit frei abfließen kann, ist das natürlich ein Konfliktrisiko, das wir mindern. Das fände ich sehr gut. Man wird ja von den Autos dann trotzdem eingeholt. Die Rechtsabbiegerautos kommen ja trotzdem. Aber nicht nur Radfahrer äußern Bedenken. Wo es Sorgen gibt, ist der Bereich der Sehbehinderten und Blinden, die natürlich eine Sorge haben, wenn jetzt quasi legal der Radfahrer über Rot dann in der Fußgängerampel fährt, dass sie im Gegensatz zum Fahrerln auch so, dass man hört, den Radfahrer nicht hören und dann die Sorge haben, dass die Sicherheit beeinträchtigt wird. Der grüne Pfeil ist in der Testphase. Es wird sich zeigen, ob er künftig wirklich mehr Sicherheit bringt. Aber schon jetzt verhindert gegenseitige Rücksicht Unfälle und traurige Mahnmale. Ja, das ist wohl wahr. Und bei uns ist Cornelius Blanke vom ADAC. Hallo. Der ADAC vertritt ja eigentlich Autofahrer traditionell, aber inzwischen auch hat er mehr und mehr die Fahrradfahrerbrille auf. Darin sind sie auch sehr gut. Wir vom HR haben eine repräsentative Umfrage gemacht und rauskam, dass drei von vier Hessen sagen, man sollte Fahrradwege verbreitern, auch auf Kosten des Platzes für Autos. Sehen Sie das so ähnlich? Das müssen alle dort Platz finden. Der ADAC ist Mobilitätsdienstleister für alle Verkehrsteilnehmer. Und der Autofahrer ist ja oft auch Fahrradfahrer oder nützt die ÖPNV. Also wir müssen für alle da sein und sind für alle da. Und da muss man Wege finden, das hinzukriegen. Aber sehen Sie das auch so, dass es tatsächlich zu wenig Platz gibt für die Fahrradfahrer? Es gibt Flächen, wo zu wenig Platz ist für die Fahrradfahrer und wo auf Kosten anderer Verkehrsteilnehmer da etwas gemacht werden muss. Weil im Endeffekt ist eine Win-Win-Situation für alle wäre. So nach dem Motto, wenn einer aufs Fahrrad umsteigt, ist er ja nicht im Auto unterwegs und dann gibt es da mehr Platz. Es gibt ja in vielen Situationen solche Striche, die eine Fahrradbegrenzung markieren. Andererseits kann da ein Lkw, ein Auto auch locker drüber fahren. Vergisst es auch gern mal. Sie haben uns Fotos aus Wiesbaden mitgebracht. Da ist das anders. Da sind solche extra Kunststoffpoller aufgestellt. Warum gibt es sowas nicht überall in Hessen? Ja, diese sogenannten Protected Bike Lanes gibt es noch nicht genug. Die muss es mehr geben, weil dann wirklich ein geschützter Raum für den Fahrradfahrer ist, der dem Autofahrer signalisiert, hier darf ich nicht rüberfahren. Dann fängt es richtig an zu huppeln und es gibt dem Fahrradfahrer Sicherheit. Und das sollte mehr kommen. Das ist eine gute Einrichtung, die sicherlich auch weiter in Hessen vorangehen wird. Und das ist vor allem was, wozu man nicht ganze Straßen umbauen muss. Man muss nur irgendwas auf die Straße stellen, in dem Fall diese Kunststoffteile. Wir können noch mal ein zweites Foto einblenden. Das haben Sie uns auch mitgebracht. Da sehen wir auch so eine Protected Bike Lane, wie Sie es nennen. Aber auch so eine Gefahrensituation heißt, so ganz sicher ist es dann doch nicht, oder? Ja, diese Lanes beginnen 20, 25 Meter vor der Kreuzung. Davor können Autos parken. Und dieser Autofahrer hier ist eben quasi in dem Beginn dieses geschützten Fahrradweges gefahren. Der Fahrradfahrer macht einen Schlenker nach links. Und genau das soll ja nicht passieren. Zeigt wieder, was Autofahrer, wenn sie falsch parken, alles verursachen können. Wenn ich jetzt als Autofahrer einen Fahrradfahrer überhole, das ist ja auch so eine Situation, wo viel schief gehen kann. Was kann ich da falsch machen, beziehungsweise worauf sollte ich achten, damit es nicht zu einem Unfall kommt? Beim Überholen weiß ich als Fahrer, als Autofahrer, die nächste Kreuzung, die nächste Rotampel kommt bestimmt. Und da muss ich einfach darauf achten, der Fahrradfahrer, der von mir überholt wurde, 200 Meter vor der Kreuzung, Der ist dann ja irgendwann neben mir, schlimmstenfalls im Toten Winkel. Also den darf ich nicht vergessen sozusagen. Den muss ich im Hinterkopf behalten und auch im rechten Außenspiegel ist der dort, ist er im Toten Winkel. Und das ist dann ganz, ganz gefährlich. Also da sollte jeder auf den anderen Rücksicht nehmen. Als Fahrradfahrer würde ich lieber dahinter bleiben und den Autofahrer fahren lassen. Im Zweifelsfall habe ich die Knautschzone nicht. Zur Not dem Autofahrer recht geben, obwohl man selber vielleicht auch mal Vorfahrt hat. Ich habe ja immer Schiss, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dass irgendeiner die Autotür aufmacht und ich da voll reinfahre. Was kann ich denn als Autofahrer machen, um wirklich immer daran zu denken, hey, mach mal einen Schulterblick, bevor du da die Tür aufmachst? Der Autofahrer, der steht und aus dem Auto rausgehen will, guckt nach links und nimmt die rechte Hand und öffnet mit der die linke Tür. In dem Moment, wo er so greift, guckt er schon ziemlich weit nach links, hat also den Schulterblick quasi schon drin und sieht dann, wenn ein Fahrradfahrer kommt. Der Beifahrer, der das gleiche rechts macht, macht es mit links und sieht dann rechts vielleicht einen Fahrradweg und den Fahrradfahrer, genau. Also liebe Zuschauer, nicht die Hand nehmen, die nah an der Tür ist, sondern die gegenüberliegende und dann macht man quasi fast von alleine den Schulterblick. Muss man sich allerdings ein bisschen angewöhnen. Auch Fahrradfahrer verhalten sich ja manchmal wie Raudis und sind am Ende selber die, die auf der Straße liegen. Was sind die typischen Fehler von Fahrradfahrern, die am Ende zu einem Unfall führen? Fahrradfahrer machen ganz ungern Umwege und sie halten ganz ungern an. Aber das muss manchmal sein, das heißt, man muss wirklich vorausschauend fahren, auch mal nicht auf sein Recht pochen. Und was ganz, ganz wichtig ist, man sollte, wenn man über den Gehweg fährt und dann über einen Zebrastreifen rüberfährt, vorher absteigen. Man darf nicht mit dem Fahrrad über den Zebrastreifen fahren, weil man viel zu schnell rüber wäre, der Autofahrer wird einen nicht sehen. Das machen viele Fahrradfahrer verkehrt und sie fahren manchmal auch ganz gerne in Einbahnstraßen, wo es nicht erlaubt ist. Habe ich was dazugelernt. Vielen Dank, Herr Blanke, dass Sie da sind. Und wir sehen Sie gleich nochmal zum Thema E-Bikes und können bis hierher zusammenfassen, es kommt auf die gegenseitige Rücksichtnahme an. Und da sind Autofahrer genauso wie Fahrradfahrer gefragt. Und die Verkehrspolitik muss sicher noch ein bisschen mehr tun, um Fahrradfahrer zu schützen. So, und jetzt blicken wir mal voraus auf Sonntag. Da ist UNESCO-Welterbetag, weshalb wir Ihnen, liebe Zuschauer, in dieser Woche hessische Welterbestätten vorstellen. Wir schalten jetzt zur Grube Messel. Da ist Jens Kölker, aber er ist da nicht zu Fuß, oder? Nee, alles andere, als dass ich bin mobil unterwegs im Welterbe-Express. Das ist ein Elektromobil für bis zu zehn Personen Platz und ist auch bitter notwendig. Wir sind hier nämlich an der tiefsten Stelle der Grube Messel, 60 Meter unter dem Rand. Und ich werde gefahren von Christine Hogefeld. Hallo Frau Hogefeld, danke für diese Fahrt. Ja, also tiefste Stelle hier in der Grube. Und da wollen wir Ihnen was ganz Besonderes zeigen, nämlich einen arthesischen Bunnen. Kommt da Wasser raus? Da kommt Wasser raus, wenn ich hier ein Ventil öffne. Und man hört schon, oh ja, da kommt es. Aha, aus was für einer Tiefe kommt das? Circa 400 Meter Tiefe und ist so circa 14.000 Jahre alt. Das Wasser ist 14.000 Jahre alt. Boah, so riecht es auch, ganz schwefelig. Wahnsinn, stell dir da zu. Da muss man sich die Nase ja zuhalten. Ich meine, den Brunnen hat man nicht gebaut, um Wasser zu bekommen, sondern um Wasser rauszufinden. Man hat 2001 eine Probebohrung abgetäuft, hier an dieser Stelle 433 Meter tief, und konnte da rausfinden, dass wir hier in einem Vulkankrater stehen, in einem Mar-Vulkan. Vor 48,2 Millionen Jahren ausgebrochen. Aber heute nicht mehr aktiv, das heißt, da kann nichts passieren heute Abend. Fein. Das ist ja eine ganz spannende Gegend hier, diese Grube Messel. Aber warum ist Grube Messel auch ein Welterbe der UNESCO? Wir finden hier im Ölschiefe sehr viele Fossilien, sehr viele unterschiedliche Arten, in einer so hohen Qualität wie an keiner anderen Stelle auf der ganzen Welt. Ganz besonders bekannt sind wir für die Säugetiere. Wir haben hier 45 verschiedene Säugetierarten, so viel wie an keiner anderen Stelle auf der ganzen Welt. Und nicht nur Säugetiere haben hier früher gelebt, vor 48 Millionen Jahren, sondern auch Krokodile. Woran konnten Sie das festmachen? Ich habe hier was mitgebracht. Das ist ein sogenannter Koprolit, also fast 50 Millionen Jahre alte Krokodilkacke. Ein Koprolit oder Kotprolit? Koprolit. Koprolit. Richtig? So gut hat es sich nicht gehalten. Richtig. Wir haben hier übrigens noch eine Replik von einer Versteinerung eines Fisches. Ein Barsch war das, gell? Auch der war hier früher zu finden schon. Genau, der hat hier gelebt vor 48 Millionen Jahren. Anhand dieser Versteinerungen können Sie ja auch Rückschlüsse auf das Aussehen der längst ausgestorbenen Säugetiere ziehen. Wie machen Sie das? Wir können Modelle erstellen. Wir wissen es auch ganz genau. Wir haben hier als Beispiel mal ein Modell eines Urpferdes mitgebracht. Man hat hier schon ungefähr 70 Stück gefunden. Das ist die kleinste Art, so groß wie heute ein Foxterrier beispielsweise. All das kann man hier am Sonntag beim Welterbetag erleben. Was gibt es da alles? Was kann man machen? Wir öffnen um 10 Uhr unser Besucherzentrum und dann bieten wir auch Führungen in die Grube an, die unterschiedlichsten Führungen. Kosten beginnen bei 7 Euro und geht bis 19 Euro, je nachdem, was man sich ausgesucht hat. Also dann wünschen wir viel Erfolg und viel Spaß am Sonntag. Und halten fest, es sind alles alte, tote Fossilien, aber es ist hochspannend und man sollte es erlebt haben. Und diese Grube Messel. Und damit gehen wir zurück zu dir, Daniel, und wünschen dir und allen anderen natürlich auch einen schönen Feiertag morgen. Ja, dankeschön ebenfalls. Und nach 50 Millionen Jahren riecht nichts mehr. Das habe ich jetzt dazugelernt und werde definitiv demnächst mal zur Grube Messel gehen. Und am Freitag, da schalten wir dann live auf die Saalburg, denn die liegt ja am Welterbe Limes. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Römer wir dann da treffen werden. Und jetzt widmen wir uns Tieren. Oder besser, die Tiere widmen sich uns. Denn Tiere können tatsächlich zur Therapie eingesetzt werden. Sie können traumatisierten Menschen helfen, Menschen mit Familienproblemen oder auch mit Ängsten. Wie das geht, haben wir uns in Fulda angeschaut für unsere Serie, Wenn Tiere helfen. So, dann gucken wir mal, ob wir mit denen in die Küche gehen. Ja, komm mit, Caruso. Komm her. Astrid Lambrecht aus Petersberg bei Fulda ist eine sogenannte systemische Therapeutin mit einem besonderen Konzept. Selten sitzt sie ihren Patienten gegenüber. Die Stunde mit ihrer Patientin Nina zum Beispiel wird in der Küche stattfinden, damit auch die beiden Graupapageien Caruso und Kuki mit dabei sein können. Es geht um Ängste vor Nähe, vor Schmerz, vor unberechenbaren Situationen. Wovor hast du es? Dass der mich in den Finger zwickt. Und was geschieht, wenn der Vogel Nina noch weiter auf den Leib rückt? Ich glaube, der fühlt sich da nicht so ganz wohl. Ich fühle mich auch nicht wirklich. Du fühlst dich nicht wohl. Ja, dann sagst du, du fühlst dich nicht wohl. Ich würde dir sagen, mein Papagei fühlt sich bei dir total wohl. Kannst du dich erinnern, wenn du das letzte Mal so richtig Angst hattest, dass du so? Angespannt warst? Wenn ich auf eine Prüfung oder wenn ich allein bin. Wenn du alleine bist? Willst du ihm noch eine geben? Die Papageien bringen Unsicherheiten ans Licht. Das hilft Astrid Lambrecht bei der Therapie. Genau. In einem Setting, wo man sich am Tisch unterhält, ist es sehr schwierig, Gefühle erlebbar zu machen für den Klienten. Und das kriege ich eindeutig besser und echter hin, wenn ich Tiere einsetze. Nina hat Angst gespürt und sie benannt und traut sich am Ende schon mehr zu. Daran kann die Therapeutin anknüpfen in der nächsten Sitzung. Und damit hat Papagei Caruso seinen Job erledigt. Auf dem Hof von Astrid Lambrecht gibt es noch viele Tiere mehr, wie zum Beispiel den Esel Don Camillo und seinen Kumpel Amadeus. Astrid Lambrecht hat eine enge Beziehung zu ihren Tieren. Und ohne absolutes Vertrauen in sie funktioniert die sogenannte tiergestützte Therapie auch nicht. Ursprünglich kommt sie aus der Jugendhilfe, hat sich zur systemischen Therapeutin weitergebildet und eine Zertifizierung für die Arbeit mit Mensch und Tier erworben. Die meisten Krankenkassen zahlen keine Therapie mit Tieren. Viele Patienten von Astrid Lambrecht nehmen das aber gerne in Kauf. Die Bedeutung für Kranke ist einfach, dass sie die Möglichkeit haben, was zu berühren. Das ist egal, ob das jetzt ein Pferd ist oder ob das ein Hund ist, weil das beruhigt automatisch. Und es gibt Sicherheit, dass wenn so jemand Großes bei einem steht. Mit der tiergestützten Therapie hat sie immer wieder erstaunliche Erfolge. Zum Beispiel bei einem Mädchen mit einer absoluten Sozialphobie aufgrund verschiedener Traumata, die sie erlebt hat. Die ging überhaupt gar nicht mehr raus aus dem Haus. Also keine Schule war möglich und gar nichts. Und die ist über die Arbeit mit den Pferden wieder in Kontakt mit anderen gekommen. Ganz zwanglos und ganz selbstsicher. Jetzt hat sich eine Familie angesagt. Mutter und Kinder wollen daran arbeiten, zukünftig ein besseres Team zu werden. Ihre Stunden mit dem Pferd muss die Familie selbst zahlen. Astrid Lambrecht nimmt 50 Euro für eine Sitzung. Hier geht es um Familiendynamik. Die Frage ist, wer hilft wem und wer könnte wen noch besser unterstützen. Wie ein Spiel baut Astrid Lambrecht ihre Stunde auf. Sie will keinen Therapiestress, beobachtet sehr genau die Reaktionen von Mensch und Pferd. Das, was mir hilft, ist, dass meine Tiere ganz echt sind in allem, was sie tun und in allem, was sie mir spiegeln. Da kann ich mich eher drauf verlassen als auf Worte zum Beispiel. Stute Natschi wirkt ein bisschen verunsichert. Ein Signal, mit dem die Therapeutin weiterarbeiten kann. Und draußen wartet schon die örtliche Feuerwehr für eine Supervision mit Eseln. Schlimme Einsätze hinterlassen Spuren, darüber zu reden, fällt Taffenkern oft nicht leicht. Erstmal weich werden, sprichwörtlich auf den Boden kommen. Da helfen die sanften Langohren. Ich hab gedacht, wir nehmen die Esel und wenn wir über euer schwieriges Thema reden, dass wir einfach eine Runde mit laufen. Worum es genau geht, das will die Mannschaft nur mit der Therapeutin teilen. Viele Erlebnisse wirken bis ins Privatleben nach, blockieren, traumatisieren. Die Esel lenken die Männer ab, nehmen den Druck und machen das Sprechen leichter. Für Astrid Lambrecht eine unersetzliche Unterstützung. Die Tiere sind alles für mich, für mich privat und für die Arbeit. Und wenn ich sie nicht hätte, würde ich das nicht arbeiten, was ich arbeite. Und dann geht's los zur Supervision mit vierbeiniger Begleitung. Und beim nächsten Mal. Aus diesen wilden, jungen Hunden sollen in sechs Monaten 100% verlässliche Lebensretter werden. Jawohl! Ja, und diese Hunde werden wir dann in der nächsten Sendung kennenlernen, am Freitag. Oder Sie gehen in die ARD-Mediathek, liebe Zuschauer. Dort gibt es unsere gesamte Serie über die helfenden Tiere schon jetzt zum Anschauen. Und zwar unter dem Stichwort die Ratgeber zu finden. Ja, morgen am Feiertag, da werden nicht nur viele Radfahrer unterwegs sein, sondern auch viele E-Bikes oder Pedelecs, wie der echte Fachmann sagt. Aber die Dinger sind nicht ohne, weshalb es durchaus Sinn macht, mal ein Fahrtraining zu absolvieren. Wir von den Ratgebern haben zusammen mit HR4 so ein Pedelec-Training verlost. Und für viele Teilnehmer war es tatsächlich das erste Mal, dass sie diesen elektrischen Extraantrieb erlebt haben. Es scheint fast so, als sei das Fahrrad das neue Auto. Großen Anteil an diesem Aufwärtstrend der Zweiräder haben die sogenannten Pedelecs. Aber was sind Pedelecs eigentlich? Pedelecs steht für Pedal Electric Cyclist. Das heißt für Fahrräder, die eine Unterstützung haben durch einen Motor. Aber nur wenn ich pedaliere, wenn ich also in die Pedalen trete, kann ich Unterstützung erwarten. Wenn ich den Motor ausschalte oder über 25 Stundenkilometer fahre, reicht allein nur die Muskelkraft. Dieser sozusagen integrierte Rückenwind birgt aber auch Gefahren. Die Zahl der verunglückten Pedelec-Fahrer steigt stetig an. Gründe hierfür sind die Unterschätzung des Elektromotors und die Überschätzung des eigenen Könnens. Also, Rad ist nicht gleich Rad. Diese Weisheit steht ganz weit oben, beim kostenlosen Fahrsicherheitstraining des ADACs und des hessischen Rundfunks. Es gilt, die Besonderheiten eines Pedelecs zu verstehen und sicher damit umzugehen. Es hat zwar, wie beim Fahrrad, auch beim Pedelec zwei Räder. Der Rahmen ist auch relativ ähnlich. Aber es gibt schon ein paar Unterschiede und die werden wir gemeinsam heute durch verschiedene Übungen erarbeiten, sodass Sie hinterher sagen können, ja, ich bin Pedelec-reif oder noch nicht. Und dass Sie es viel besser beherrschen können, denn Pedelec ist nicht gleich Pedelec. Ich bin jetzt ganz gespannt auf die Praxis. Ich habe auch schon Pylonen auf, wo wir fahren sollen. Und da will ich auch mal den Einstieg mit dem Pedelec fahren, mit Geschwindigkeit, die einzelnen Stufen, dass ich da auch nicht zu schnell werden, dass ich vor allen Dingen das Fahrrad immer wieder unter Kontrolle habe und mich nicht selbst überschätze. Los geht's. Sich erstmal mit diesem modernen Drahtesel vertraut machen. Das Gewicht spielt dabei eine entscheidende Rolle. Während ein handelsübliches Mountainbike um die 10 Kilo wiegt, beträgt das Gewicht eines Pedelecsatte 20 bis 25 Kilo. Damit zu manövrieren, ist gar nicht so einfach. Und wichtig übrigens auch. Wenn Sie jetzt fahren, gerade bergrunter oder verzögern wollen, denken Sie daran, die Scheibenbremsen sind hier beim Pedelec recht giftig. Das heißt, nehmen Sie, Sie kennen das vom Motorradfahren, vielleicht einen vorsichtigen Finger. Da haben Sie also die beiden Zeigefinger vorne an der Bremse, sodass Sie ganz schnell reagieren können und auch nur leicht ziehen können, damit Sie leicht verzögern. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, auch das richtige Bremsen muss gelernt werden. Herantasten ist das Stichwort. Bei einigen klappt es schon ganz gut. Und nur das Training macht den Pedelec-Meister. Ein halber Meter noch, wie war das jetzt? Man hat es schon gemerkt, es geht ein bisschen stärker, oder? Ja, das merkte ich, hat oben mal etwas hochgeschaltet, musste ich aber wieder zurückgehen. Durch die Pinole wird es zu eng, wird einfach zu schnell. Musste ich rollen lassen, jetzt kommt man hier dann, merkst du dann, wie ist Gewicht verlagern, wunderbar. Und auf den letzten 1,5 Meter habe ich so ein bisschen Stotterbremse gemerkt. Das heißt für mich, er hat gebremst, hat gemerkt, ups, ich komme ja zu früh zum Stehen, die greift richtig giftig. Ich mache nochmal auf, um da hinzukommen. Genau so ist es. Weil, ja, zielgenau, wie befohlen. Also, da müssen wir noch ein bisschen... Ist Trainingssache. Genau. Ich befehle aber nicht, wir sind nicht mal Militär, ich empfehle. Alles klar. Danke. Und nun zum Herzstück des Pedelec, dem Elektroantrieb. Der Elektromotor bietet in der Regel drei bis fünf verschiedene Unterstützungsmodi. Hier in diesem Fall sind es vier. Entweder hat man den Motor ganz aus, oder aber man geht hier auf Eco, Leichtunterstützung, wenn man ein bisschen mehr braucht, auf Tour. Noch mehr Unterstützung des Elektromotors gibt es bei Sport. Und wer ganz, ganz viel Unterstützung am Berg zum Beispiel braucht, oder bei Gegenwind, der geht auf Turbo. Hat natürlich den Nachteil, dass unter Turbo Sie vielleicht nur 20, 25 Kilometer Reichweite haben. Während wenn Sie dann wieder auf Eco umspringen, sind es auf einmal 60, 70. Das muss man sich einteilen. Dafür haben Sie hier oben diese Balken, die Ihnen anzeigen, wie viel Restenergie Sie noch haben. Übrigens, von Restenergie kann bei den Teilnehmern keine Rede sein. Es macht allen sichtlich Spaß. Glücksgefühle inklusive. Juhu, noch fliegen, die Schöne! Alles super! Super, die HR4-Tour winkt! Spitze! Klasse! Super, es war ganz toll. Meine Erwartungen sind total übertroffen worden. Berg hoch, man fliegt wie eine Feder. Obwohl ich mich auch gerne anstrenge, aber dafür kann ich sie ausschalten. Also toll, doch, wäre eine Kaufüberlegung wert. Berg hoch, kein Problem. Klar, man merkt schon, es wird gut, die Unterstützung. Also man muss schon aufpassen, man muss gut bremsen. Aber auch durch den Parcours, durch die Pylonen kommt man sehr gut durch. Fährt sich wunderbar, wunderbar. Spitze, erste Sahne. Hier möchte also keiner das Rad der Zeit zurückdrehen. Das neue Vehikel ist ja auch etwas ganz Besonderes. Super, schöner Tag gewesen. Die Leichtigkeit des Fahrens kennengelernt, wunderbar. Super Truppe. Pedelec bringt's. Hat unheimlich Spaß gemacht. Berge sind kein Thema mehr. Das Pedelec ist also nicht nur eine komfortablere Version des Radfahrens, sondern auch eine, die man erst mal lernen sollte. Aber dann wird seine Erfolgsstory auf zwei Rädern. Ja, und der Mann, der einem genau bei dieser Erfolgsstory hilft, der ist jetzt noch mal bei uns im Studio. Er hat den Helm wieder abgezogen und wieder ein Hemd an Cornelius Blanke vom ADAC. Sie haben uns auch zwei Räder mitgebracht. Warum genau diese zwei? Das ist ein klassischer Rahmen, wie man ihn kennt. Aber hier ist der Akku verbaut, den man sehr gut sehen kann. Und hier hinten ist ein Hindernabenmotor, der besonders viel Power hat, sag ich mal, und das Fahrrad, in diesem Fall das Pedelec, nach vorne schiebt. Wiegt so gut 20 Kilo, schätze ich mal. Also ein klassisches E-Bike sozusagen. Ich sag E-Bike, Sie sagen Pedelec, geht beides, oder? Geht beides. E-Bike ist der Oberbegriff. Auf Pedelec heißt, da trittst du so, sonst passiert nichts. Genau. Das hier ist ein klassisches Rennrad, sehr schnell. Und das hat, was Sie nicht sehen werden, einen Motor. Es hat einen Akku, und der ist versteckt. Der ist versteckt im Unterrohr. Kriege ich das ab? Nee, machen Sie mal besser, oder? Ich versuche das mal. So, jetzt nehme ich das raus. Und wenn ich den anhebe, ist das im Grunde gar nicht mal so schwer, ehrlich gesagt. Also deutlich unter 25 Kilo, vielleicht 8 oder so, kann das sein? Sagt jetzt mein Hochwichtgefühl. Dieses Produkt hier aus Hessen hat 13 Kilo mit dem Motor und dem Akku. Ohne sind es bei 10 oder unter 10. Ja, das ist schon ein Rennrad. Qualität, also das geht richtig gut ab. Und das Verrückte ist, das hier ist nicht nur der Akku, sondern? Akku und Motor, der wieder von mir versenkt wird, verschwindet. Und das ist auch ein Trend bei Pedelec-Fahrern. Die wollen Pedelec fahren, aber wollen gar nicht, dass man es unbedingt erkennt. Das geht in die Richtung. Also das ist sozusagen ein verstecktes E-Bike, sollte man bei der Tour de France nicht verwenden. Aber ansonsten ist es okay, kostet wahrscheinlich einen Haufen Geld, oder? Das kostet so knapp 5000 Euro, hat aber auch einen Carbon-Rahmen und ist ein Hightech-Produkt. Okay, und für ein normales E-Bike, was soll man da ausgeben, wenn man jetzt ein gutes, aber sicheres Rad haben will? Unter 2000 würde ich keins kaufen. Ich würde auch nur beim Fachhändler kaufen. Und um drei ist man gut mit dabei. Man muss aber auch einrechnen, man muss einen guten Händler haben, wo Inspektionen und andere Dinge eben gut erledigt werden können. Das gehört dazu. Und man braucht Sicherheitsausrüstung. Wir gehen mal hier rüber. Da haben Sie mitgebracht, was Sie so anziehen zum E-Bike-Fahren. Helm ist keine Pflicht, aber sollte man trotzdem anziehen. Handschuhe, Signalklamotten und eine Brille, auch eine Glasichtbrille. Warum gerade eine Brille? Diese Brille ist selbsttönt. Das heißt, bei Sonne ist es ein guter Schutz. Aber wenn ich mit dem Pedelec 25 Stundenkilometer fahre oder auch bergunter mal schneller, ist das gegen Insekten natürlich wunderbarer Schutz und auch gegen Zugluft. Bei 25 Kilometern kommt schon mal was in die Augen. Die man ansonsten sich ja per Kraft erzeugen muss. Und so ist man ständig so schnell unterwegs. Apropos schnell. Es gibt ja auch E-Bikes, die nicht nur bis 25 kmh beschleunigen, sondern bis 45. Würden Sie mir dazu raten? 95 Prozent der Leute sagen, nein, ich kaufe ein normales Pedelec. Da darf ich einen Helm aufziehen. Muss es aber nicht. Ich rate es aber allen. Man kann auf dem Fahrradweg fahren. Und man braucht keine Versicherung. Bei dem 45er, was 45 Kilometer schnell fährt, der sogenannte Speed Pedelec, da brauche ich ein Kennzeichen, also eine Versicherung. Ich brauche entsprechend die Straße, auf der ich fahren darf, das Kennzeichen. Ich brauche Reflektoren, ich brauche Beleuchtung. Ich brauche einen Führerschein. Also ganz, ganz viele Dinge, die ich sonst nicht brauche. Also ich empfehle, ein Pedelec zu kaufen. Und wenn man schneller als 25 fahren will, kann man ja noch selbst treten. Tatsächlich. Und würden Sie sagen, nur ganz kurz die Frage noch, E-Bikes werden Autos langfristig teilweise ersetzen, in der Stadt zum Beispiel? In Städten gibt es Trends dazu, dass Leute ihr zweites Auto verkaufen und sich ein Pedelec kaufen oder auch ein Cargo-Bike mit Motor. Da können die Kinder rein, da kann das Gepäck rein. Und sogar Handwerker fahren damit schon durch Städte und haben keine Parkplatzprobleme. Und es gibt HR-Kollegen. Ich habe gerade heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit jemanden gesehen, die haben sowas auch schon. Die transportieren damit ihre Kinder und Wasserkästen. Passt so einiges rein mit diesen Transport-E-Bikes. Vielen Dank für alle Tipps. Sehr gerne. Wer sich jetzt eins kaufen will, der weiß Bescheid. Und liebe Zuschauer, wir empfehlen Ihnen heute zum HR-Radtag auch die Hessenschau um 19.30 Uhr anzuschauen. Die Kollegen testen die ersten Kilometer des Radschnellwegs zwischen Frankfurt und Darmstadt. Und davor kommt natürlich noch alle Wetter mit Thomas Ranft. Und Thomas, die Frage ist, wird es denn radtauglich, das Wetter, oder müssen wir Regenkäp einpacken morgen am Feiertag und die nächsten Tage? Also einen Regenkäp einfach mal mitnehmen ist ja per se überhaupt nicht falsch. Ich finde, das ist morgen das perfekte Radfahrwetter. Aus zwei Gründen. Wir starten sehr sonnig, aber ab Mittag ziehen dichtere Wolken auf. D.h. wir bekommen nicht so schnell einen Sonnenbrand. Und es ist nicht zu heiß. Wir kratzen an der 20-Grad-Marke, aber es wird nicht mehr. Und das ist ja ganz gut, wenn man nicht so sehr schwitzen muss auf dem Rad. Mehr jetzt bei uns. Klingt nach perfektem Christi-Himmelfahrt-Wetter. Und die Wolken im Hintergrund haben es ja auch schon gezeigt. Und der blaue Himmel. Wir melden uns nach Christi-Himmelfahrt wieder. Dann Freitag wie immer 18.45 Uhr. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.